dann ist alles verloren oha dicker ist was geiles drin? ja, sehr geiles ja dicker, warum kostet der so teuer? kostet 2k? ja lol wie nennt ihr eure Heimatbasis, wie habt ihr die genannt? nennen die wie du willst ich hab die Volker genannt los, digga los sonst irgendwas gutes noch dabei? nö, das ist Müll, digga ich rieb mich grad extrem auf, digga jungen, warum kostet die scheiße 2000? also, keine wilder skin, sonst das spielt in den Sinn, warum das ein verfickter 2000, was gibt es? ne, ich bin fertig, glaub ich ich war's, du kannst auch ausmachen, wollen wir weiter machen bei dem LBW nö nö äh, Adventure, Marvel Reihe 2000 wo kriege ich jetzt die 1000 V-Works her? Aufträge? tägliche Aufträge, genau ah, bist du gerade bei den, bist du gerade bei der Mission, Alter? ne, nur Aufträge, genau warte, ich komm kurz rein ich komm kurz rein ich komm kurz ja, nur zwei Sachen mal, weil statt der ich kriege 1000 V-Works irgendwie warte, ich komm kurz du